Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Online-Multiplayer mit mir und der G-Tendo. Ein cooles, ein teglakuläres Hallöchen, hier kommen die aktuellen Sternenkampferen. Wir haben deshalb auch Warnacenter, ja, Warnacenter und Mahi-Mahi-Resort. Irgendwelche Tipps für diese Arena. Soll erst nicht mit Schluckauf antreten. Sehr schön. Und nun zu dank der Sternenkampferen. Wir haben ein punkte Skatepark. Ich muss dir da mal deinen Trick zeigen und Camp Schütz im Fisch. Wat Brathering? Okay, na dann, frossen Freunde, bis zum nächsten Mal. Bleibt spritzig. In der Tat, da bleiben wir. Ich hab mal, ich meine, muss Supermuscheln eingesetzt. Na egal. Ja, es hat sich nichts geändert. Wie gesagt, ich spiele derzeit nicht Privatsvertun. Oh, hier, wat hat er an ihr? Sieh hier. SDK des Booten, was Vertun da ist still hier. Ja Mensch, hast ja Glück gehabt. Oh, what a scare. Okay, wir spielen wieder Revierkampf. Wir haben Warnacenter da, eine geile Map. Und ich hoffe, ich kriege jetzt auch eine schöne Waffe. Und Sniper wäre vielleicht ganz cool. Ich mach meine Augen zu und mach Stopp. So, das nehmen wir heute. Ein Carbon-Roller. Na gut. Carbon-Rollerchen. Und anlegen. So. Und ab auf ein Schlachtfeld mit uns. Na komm schon. Lade, lade, lade. Und auf die Lobby. Dankeschön. So. Schadenkampf. Los geht's. Noch ein bisschen eine Mucke anmachen. Und wir sind... Ah, nicht unbedingt die Mucke. Aber die ist okay. Gut. Zwei Tünchen-Time. Ich freue mich. Vor allem auch Warnacenter ist gerade mit dabei. Auch wenn es nur eine normale Map ist. Eine Revierkampf-Map. Aber Warnacenter ist eine geile Map. Bei My Resort ist gerade auch eine sehr coole Map. Also gerade ein sehr cooler Map-Pool. Ne, nicht Map-Pool. Map-Rotation. Glaube ich. Nehmen wir das so. Ich glaube ja. So, wir haben den Carbon-Roller. Ich glaube, das ist ein sehr leichter Roller. Der aber nicht so viel Farbe macht. Aber dafür ist er leicht. Immerhin. So, wir werden es ja sehen, wie gut ich mit dem Roller umgehen kann. Lalalala. Hier, das war schon knapp. Auf jeden Fall, man ist schnell unterwegs. Das ist schon mal sehr schön. Okay, vielleicht soll ich das loslassen, wenn ich springe. Das wäre eine gute Idee. So, genau so. Das ist ja hier mal die Taktik der Rollers. Immer schön springen und X drücken. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Ja, gut. Äh, Tinte. Ha, getroffen. Ash. Das machen wir nichts, Ash. Bleib lieber mal bei deiner Pokémon-Karriere. Oh, da von oben. Oh, der hat mich wirklich getroffen. Okay, mit einer Galon-Deko. Hm. Ich weiß mal, wie am Anfang alle immer die Galon-Deko hatten. Das war immer sehr nervig gewesen. Oh, war ja sehr toll, die da Tinti. Was habe ich hier für eine Subwrapfen? Ah, okay. Bomben. Okay, wunderbar. Oh, hi. Ich bin weg. Äh, da war Wasser. Warte, mit Tinti-Tan erledigt. Das stimmt gar nicht. Hä? Das Wasser hat mich erledigt. Aber okay. Ne, wie ist es für ein Spiel? Äh, 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 ja. So, also ich bin kein Roller-Profi. Man sieht es vielleicht einen an. Ach, komm schon. Das kann nicht wahr sein. Dankeschön. Ah, naja, gut. Wegen ist wieder Wasser jetzt runter. Und wir sind echt, äh, ganz schön bedroht. Äh, ja gut. Ich habe auch nur 259 Punkte. Da geht mehr. So. Todum. Dadadada. Alles schön. Mehr blauer Tinti muss hier voll gemacht werden. So. Dann gehen wir hier rüber. Dann machen wir alles schön blau. Oh Gott, ist das schlecht. Wow, der hat ein Schild angemacht. Echt jetzt, Spiel? Oh, toll. Oh Mann, das ist halt unfair. Das fand ich jetzt sehr unfair. Aber man kann natürlich auch so laufen, aber so ist man halt viel langsamer unterwegs, glaube ich. Bin mir auch nicht ganz sicher. Und man verbraucht Tinte. Ist auch nicht so ganz, äh, was man ganz gerne möchte. Ach komm. Ich kann, ich kann keinen Roller. Ich kann keinen Roller einfach. Spiel kein Roller, Profi. Es tut mir leid. Aber jetzt haben wir die Waffe mal gesehen. Immerhin, ne? So, wir sind immer noch im Gefahrenmodus. Das hat leider nicht so viel gemacht, meine Aufräumoption gerade. Ich bin kein Roller, Profi. Nein, das bin ich nicht. Jetzt hat mich Ash erledigt. Ach, blöder Ash, ey. Ne, ich bin nicht gut mit Roller. Gar nicht. So. Ah ja, ja, kriegt mich nochmal bestimmt. Oder auch nicht. Ne, okay, das war's. Ist, äh, interessant die Map. Auf jeden Fall. Ui. Ach ja, 40 zu 60 ungefähr. Geht ja noch. Ach, ja. Ne, das, äh, nee. Roller ist nicht meins. Ja, nicht so wirklich. Also, wie ich vorschlagen. Wechseln wir mal wieder zurück. Äh, auf einen guten Endsepper. Ja. Oh, hier. Nicht Kampfort sitzen. So, ganz kurz hier. Waffe enden. Uff, die Zappa. Ist das auch besser? Oder nehmen wir den anderen Zappa? Was hat er denn noch mal? Der andere Zappa gehabt, warte. Äh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So lange nicht mehr benutzt? Äh, das ist etwa stimmt. Ach, hätte das? Ne, 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 das ist schon gut. Sprinkler mag ich ganz gerne. So, ne, Standkampf sind wir noch. Wir sind noch im Standkampf drin. Gut. Wir brauchen wieder Musik. Da ist Musik. Habt Spaß. Also. Roller kann ich nicht. Anders Schwarz Protokoll. Sehr schön. Da hat jemand wieder ein, äh, nicht bekanntes Symbol. Äh, auch sehr schön. So, und wir spielen jetzt das Arowana Center. Eine sehr schöne Map. Finde ich. Gerade so, was halt angeht, da oben mit dieser Zogen, dieser, oben da mit dieser Plattform da bekämpfen. Das macht mal wieder Spaß. So, cool. Oh, die schreiben sich schon mal cool. Oh ja, gut. Können die auch schreiben. Hab ich's jetzt nicht gemacht. Ich bin mal wieder ein anderer, weiße. So, da, 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 da. So, wir können mal hier hinten so ein, oder auch nicht. So, der hat mich bestimmt gesehen da hinten, ne. Mal gucken. Okay, da war keiner hin gewesen. Da hinten ist der Sniper. Ach, Sniper sind immer wieder doof, ne. Hilfe. Aua. Oh, der sieht mich ja. Stimmt ja. Ah, der hat gar keinen Sinn. Wow. Aber ich hab ihn auch erledigt. Den Diffel Mika. Oh, jetzt war mein Dings grad fertig gewesen. Das war ganz sehr schade. Ja, gut. War nicht so ganz gut. Okay, wir dominieren aber gerade. Das ist doch ganz gut. Obwohl hier gerade ganz schön viel blau ist. Immerhin. So. Hallöchen. Ist hier oben jemand? Nö. Ist keiner. Sehr schön. So, das Ding ist bereit. Ich mach mal hier hinten hin. Wunderbar. Ich hab dich getroffen fast. Na, geht doch. Wollte auch sagen, schon gern die Mika. Na, mein Mikael. Hallo, was geht? Oder ist noch ein Sniper? Hallo, Sniperino. Oh, ich hab dich auch noch getroffen. Ich hab, das ist wohl grad schlecht für dich, mein Lieber. Oh, der hat mich auch noch da gesehen. Warte. Ach, getroffen. Wieder eingetroffen. Sehr schön. Okay, ist ein Jahr getroffen. Der Mika hat sich gerecht. Der Mika. So, da, da. Aber es sieht grad sehr gut aus von uns. Wohl wir am Anfang glaub ich, wir sind Mist gebaut hatten. Aber ist okay. Ähm. Blum. Okay. Hallo. Ja, das. Wow, da war. Hä, was war das denn noch alles? Endseper? Okay. Hab jetzt nicht ganz mitbekommen. Oh, alle von so einem Team sind tot. Das ist jetzt sehr schlecht. Äh, jetzt können die Leute gut einnehmen. Und das tun die auch gerade. Ach, komm schon. Ich hasse Tornado. Ach, jetzt dominieren die wieder. Äh, das war wieder zum Kotzen. Äh. Das war doof. Einfach nur. Oh, die letzten Sekunden wirklich spielen. Oh, Mika, ey. Boah, Mika. Oh, jetzt sind sie wieder alle tot von unserem Team. Man, wir waren die ganze Zeit am dominieren. Und jetzt waren die einfach nur noch Fehler. Ey, Leute. Warum? Oh, da geht nicht hin, ey. Ja, aber bringt ja auch nicht viel da hinten, du. Direkt da mit... Wie? Wo? Ja, von da unten. Schon wieder Mika. Och, kommt. Mann, die Map war so schön Dings gewesen. So schön orange. Und jetzt haben sie doch alles zum Schluss kaputt gemacht. Ah, ärgerlich. Hm, ja. Ja, toll. Ich hab 8, 6 gemacht. Hm. Der Hälften Tode war eigentlich nur doof gewesen, aber naja. Gut. Mann, wir waren so gut. Und dann ein Fehler von uns. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Na gut. Nächstes Match. So. Vier Spieler. Ich hoffe, das geht schnell. Ja, drei noch. Drei noch. Drei Spieler suchen wir bitte nach. Bitte drüber lenden sich drei Spieler. Bitte, wir brauchen noch einen Spieler. Ein Spieler muss sich gerade irgendwo einloggen. Das wäre sehr nett. Oh, das ist auch schon. Juhu. Juhu. Der Kampf beginnt. Wir spielen MyMyResort. Hm, 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 hm. Und es geht los. Boah, der Mann ist schon wieder cool, schreiben sie. Der eine schreibt cool. So, diesmal wäre ja jetzt eine Handfeuerwaffe. Und das sollte jetzt wohl wesentlich besser gehen, würde ich mal behaupten. So, gut. Okay, 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 okay. Ich habe auch nicht mehr so oft gerade den Schwingler benutzt gehabt. Tätten wir mal so auf. Okay, mal fällt auch nochmal oft da benutzen sollen. Den Schwingler. Ja, egal. Hi. Oh, komm schon. Oh, ich habe den noch gerichtet. Ja, okay. Aber ich habe ihn auch nochmal bekommen. Sehr schön. Ah, ja. Ja, 184 Punkte, aber leider mein Special kaputt gegangen dadurch. Ach, was mache ich denn hier? Warum mache ich nicht so einfach? Das geht doch viel schneller. Äh, so. Jetzt dominieren wir wieder. Und gleich ist es gleich wieder anders. Ich bekenne das Spielchen doch. Okay. Hilfe. Okay, das hat Klaus. Hi, was geht? Okay, hier mal ein bisschen. Hi, was geht? Mein Sprinkler ist kaputt gegangen. Brauer Sprinkler. Aber da hätten so einen hin. Die sind immer nett, die kleinen Sprinkler. Helfen einem auf jeden Fall. Ha, 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 ha. Jetzt ist der Typ weg, weißt du? Wie immer. Äh, oh, oh. Hilfe, Fehler. Äh, Fehler. Ach, von hinten. Was das Spiel gefällt? Ach, guck mal hier. Geil. Das hätte gerade sehr gut gepasst mit den Plattformen. Oh, jetzt wurde ich gerade von zwei Seiten. Äh, das war doof. Okay, jetzt darf unser Team wieder keine Fehler machen. Dankeschön, Spiel. Das wäre voll nett und so. Äh, war ein bisschen zu früh vielleicht angesetzt gewesen. Die Waffe ist noch rübergekommen. Äh, so. Letzte Minute. Und es wird wieder blau, die Map. Das gefällt mir nicht. Äh, ich mach mal da hin. Das war doof gewesen, gleich ein Spawner-Ding hinzumachen, aber egal. Ist da halt jetzt so passiert. Oh, der hat mich nicht getötet. Sehr schön. Aber wirklich, vielleicht wieder jemand töten. Ich kenne das doch. Okay, so. Hilfe. Ich weiß, hier wird gleich einer kommen. Seht doch schon. Okay, da. Ähm. Ne. Hilfe. Okay, ich bin okay schon nochmal. Sehr schön. Äh, ja, der spielt aber ganz gut, glaube ich. Okay, wir dominieren wieder. Oh, das war doof. Oh, das war knapp. Alter, das war knapp. Wir sind im Move. Äh, da hin. So. Ja, das. Dürfen wir hier nochmal einen Kill. Oder auch nicht. Hatten wir mal abgestaubt, den Kill. Aber das war. Sehr schön. Bam. Gewonnen. Ganz einfach Geschichte. Ganz einfach Geschichte. 1220. Ist doch mal. Ne Ansage. Der Satz mit dem Roller. Da habe ich, glaube ich, nur sehr wenig Punkte gekriegt. Ja. Weiß nicht mehr, wie viel. Aber war wenig. Auf jeden Fall. So. Letzter Kampf. Letzter Kampf. Letzter Kampf. Ach ja, Musik. Musik. Vergesse ich immer wieder. Ne, vergesse ich nicht mal wieder. Aber habe ich gerade vergessen. Mal eine andere Musik. Obwohl, die war gut. Hm. 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 Wir brauchen nur Drehspieler. Drehspieler. Bitte mal. Wir brauchen noch gar keinen Spieler. Ja, perfekt. Alle voll. Voll aus. Geht doch. Alright. My My Resort. Ist nochmal. Das letzte Kämpfchen. Für diesen Part. Oh yeah. Oh, let's go. So. So. Weil das jetzt gut hier gewesen lang. Ich gehe eigentlich mal eher links lang. Weil da ist ja auch jetzt schon jemand lang gegangen. Glücklicherweise. Äh. Ich muss ja aufpassen, dass ich meine Kraft mache. Oh. War gerade. Ein bisschen hakelig alles. So. Hallöchen. Mach mal den da. Weil. Ist bestimmt cool. Da hinten geht schon mal jemand auf den Nüsse mit Dings oder hat jemand einen Sniper. Das ist auch nicht so geil. Hallo. Hi. Wollte den Sniper haben und dann kam auch immer der Roller. Heh. Schön. Aber wir dominieren auch laut Anzeige. Aber wie lange das wird sich noch zeigen. So. Und das hat klappt. Boah. Knappt. Hilfe. Ich bin aufpassen, dass keiner kommt. Okay. Alles klar. Ich muss hinten ein Rüberschmeißen. Nein, ich muss den einen Rüberschmeißen. Dankeschön. So. Hör mal hier lang. Wie siehst du auch so schön unblau aus? Ah. Hilfe. Und da kommt schon der Sniper. Ich hab dich gesehen da hinten. Was ich jetzt verstecken. Ist egal. Ich lass mich jetzt mal da in Ruhe. Hilfe. Da kommt einer. Ich seh doch. Hier kommt doch keiner. Jetzt wollte einer kommen. Hi. Was geht? Hab die auch mitgenommen. Schon wieder Mika. Am Amika. Und es geht wieder runter. Sehr schön. Äh. Oh. Ist aber wieder so orange da. Komm ja hier. Orange auch immer her. Äh. Ach da hinten. Der Hände springt nach. Doof. Okay. Der ist kaputt. Der Sprinkler. Da hinten ist noch ein Sniper. Der gerade auf den Keks geht. Der mich aber nicht trifft. Ist kein guter Sniper. Hab ich mal behaupten. Mal müssen ja gerade meine Leute. Jetzt kommen wir mal her. Da. Weg mit dir. So. Ganz einfach Geschichte. Ähm. Hilfe. Ja okay. War klar. Aber ich hab da einen hingemacht. Das wollte ich erreichen. Ach. Alle Anderen. Getroffen. Aha. Ahem. So. Hier nochmal die Box. Komm hier nochmal ein bisschen. abkürzen. Sehr schön. Versuchen irgendwie nochmal ganz weit da hinten. Wo ist er denn gelandet? Ich weiß es nicht. Irgendwo. Wo ist er denn gelandet? Ach da ist er denn gelandet? Okay. Sehr schön. Äh. Okay. Da hast du orange gestorben. Alles okay. Irgendwie ist hier nochmal so orange. Wo ist er so orange? Von wo? Von wie? Äh. Ich mach mal da nochmal ein Sprinkler hin. Weil ist cool bestimmt. Oh. Hier ist nochmal ein bisschen orange geworden. Oh. Hilfe. Spring. Äh. Sprinkler reischen. Ach. Was geht? Na. Oh. Da wäre es noch mal ein knappes Ding da oben. Wie man sieht an der Anzeige. Auch nö. Jetzt sind wir wieder alle gestorben. Wiss ich verarschen. Auch nicht schon wieder der gleiche Stiege gerade. Jetzt sind wir gerade nochmal wirklich alle gestorben. Och. Nö. Komm schon. Muss doch nicht sein. Leute. Hilfe. Ich brauche Farbe. Ist ihn gar nicht. Ich mach irgendwie so. Dankeschön. Ui. Er könnte knapp werden. Auf der Skala. Und. Wer hat gewonnen? Mietzrichter. 0,1%. Willst mich verarschen. Okay. Gut Leute. Dann macht es hier. Für so ein Part. Von Let's Play. Was war tun? Jo. Wie hat den Spaß? Ich auch. Bis gerade eben. Und. Ja. Hier sehen wir uns bei erstmal wieder. Mit A+. Ranking. Nicht vergessen. Wird wieder lustig. Und. Ja. Bis dann. Sei schau. Einen Yashii. Tende. Bye.